Musik Der Gewölbekeller von Tony Wagner ist sicherlich einer der stimmungsvollsten Kulturlocations des Mostviertels. Musik Zur Eröffnung der Saison brachte das swingende Jazz-Duo Say Yes and Keep Swinging den Frühling mit viel Wörf in die alten Gemäuer. Ein volles Haus und ein ausgezeichneter Bransch, so lässt es sich leben. Musik Wir wünschen Ihnen einen guten Appendit und wir wünschen Ihnen, dass Sie sich sehr wohl fühlen im Haus und wir freuen uns, wenn Sie bei kommenden Veranstaltungen auch wieder zu uns kommen. Musik Umrahmt wurden die jazzigen Melodien Musik Das Publikum konnte sich noch bis spät in den Nachmittag an den Melodien von Evelines Karak und Karl Schaub erfreuen. Musik Das monatliche Programm im Schaugewölbe zu Feldbichel in Ulmerfeld finden Sie unter dieser Adresse. Musik 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 Musik